Also ich bin Erik Töpfer, bin Redakteur bei der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei und beteilige mich im Moment mit einer Kampagne gegen die Ausweitung und Vernetzung, internationale Vernetzung von polizeilichen DNA-Datenbanken. Das ist eine Kampagne, die maßgeblich vom genetischen Netzwerk geführt wird, die aber eben in dem Rahmen diverse Unterstützerorganisationen gefunden hat. Hintergrund der Kampagne ist, dass seit eigentlich Ende der 90er Jahre in Deutschland, aber eben auch europaweit, sich die DNA-Analyse halt immer mehr im polizeilichen Bereich durchsetzt als ein Instrument zur Strafverfolgung. Und das praktisch ursprünglich eigentlich ein Instrument war, wo es hieß, das wird sozusagen nur in Ausnahmefällen, nämlich in besonders schweren Verbrechen irgendwie eingesetzt haben, sich eben zunehmend normalisiert hat und heute eigentlich die Realität, die ist das. Also 95 Prozent der Fälle, in denen das sozusagen genutzt wird, sich eigentlich auf Bagatelldelikte beziehen. Das ist also Eigentumsdelikte, Betrug, solche Sachen. Und ja, damit man eigentlich eine Tendenz, was man ja häufig, sag ich mal, im Bereich neuer Technologien beobachtet, dass also, sag ich mal, so Techniken normalisiert werden, die also praktisch ursprünglich mit ganz anderen Versprechen angetreten sind. In Deutschland ist es inzwischen so, dass das Bundeskriminalamt in seiner DNA-Analyse-Datei mehr als 700.000 Personen gespeichert hat. Das heißt, 1998 ist die sozusagen ins Leben gerufen worden und seitdem hat es da ein massives Wachstum gegeben. Und auch wenn man sich, sag ich mal, die Zahlen für andere europäische Länder anguckt, da lässt sich eigentlich doch generell beobachten, dass da die Daten, die da gespeichert sind, die Zahlen exponentiell wachsen. Es ist eigentlich so eine Tendenz, gibt das praktisch zum einen die Delikte, wegen der man in so einer DNA-Datenbank gespeichert werden kann, zunehmend ausgeweitet werden. Also das fängt eben oft an mit Maut oder eben Vergewaltigung und endet dann halt häufig bei, sag ich mal, kleinen Kriminalität. Und in Ländern wie Großbritannien, wobei das dann eher die Ausnahme ist, es werden eben auch Leute gespeichert, die letztlich mal verdächtig sind oder in eine Verkehrskontrolle geraten, dann aber letztlich gar nicht verurteilt werden. Also da sind wirklich unschuldige Menschen in der Datenbank gespeichert. Das soll zwar jetzt ein bisschen geändert werden mit der neuen Koalition in Großbritannien, aber Fakt bleibt, dass Großbritannien da wirklich ganz weit vorne ist. Da sind mehr als sechs Millionen Leute, also fast zehn Prozent der Bevölkerung gespeichert. Und sag ich mal, das macht uns halt Sorge, weil also auch in Deutschland die Kriminalisten nicht müde werden, sozusagen weitere Vollmachten dafür zu fordern. In Deutschland existiert derzeit noch ein Richtervorbehalt. Das heißt eben, wenn eine DNA-Probe genommen werden soll, dann muss das von einem Richter abgesegnet werden. Und der Bund Deutscher Kriminalbeamter fordert also schon seit langem, dass das doch letztlich das Ermessen der Polizei sein soll, wenn sie eben zwangsweise DNA-Proben erheben. Ein zweiter Trend ist eben der, dass praktisch dann eine internationale Vernetzung dieser Datenbanken stattfindet, sodass also beispielsweise die österreichische Datenbank mit der deutschen Datenbank abgeglichen wird, damit eben man praktisch wie bei so einer Rasterfahndung da Übereinstimmungen raussammeln kann, um eben, ja, wie man sich halt auch oft von polizeilicher Seite oder Verbrechen aufzuklären. Auch wenn man sich die Bilanzen anguckt, ist das Kleinkriminalität in der Masse. Und was eben ein immer größeres Problem wird angesichts der wachsenden Datenmengen, ist eben, dass es da immer mehr auch, oder dass eine immer größere Gefahr besteht, dass es da falsche Treffer gibt. Also sogenannte False Positives, dass also praktisch die Übereinstimmung, die angeblich eindeutige Übereinstimmung, eben keine eindeutige Übereinstimmung ist, sondern, ja, letztlich zwei verschiedene Personen da als einen Treffer gewertet werden. Generell sind in solchen Datenbanken, kann man immer sagen, zwei Kategorien gespeichert. Das eine sind die Spuren, Tatortspuren. Das kennen wir häufig aus dem Fernsehen. Das können dann irgendwann, was weiß ich, Zigarettenkippen, die da an einem Tatort liegen gelassen werden, oder Haare oder Hautschoppen oder sowas, die dann eben eingesammelt werden und dann praktisch eine DNA-Probe gemacht wird. Da ist aber eben keine bekannte Person sozusagen so einer Probe erstmal zugeordnet. Und die zweite Variante ist eben die, wo es also wirklich um das Speichern bekannter Personen in diesen DNA-Datenbanken geht. Und das ist dann in der Regel, erfolgt es dann über so einen Abstrich im Mund, wo also praktisch mit so einem Wattestäbchen eben an der Mundschleimhaut eine Probe genommen wird. Also es gibt rechtlich verschiedene Möglichkeiten, in Deutschland zumindest. Also man kann dem freiwillig zustimmen. Das ist natürlich oft so eine etwas problematische Geschichte, wenn man, sag ich mal, ein Polizeigewahrsam ist und dann die Polizei eben auf ihn zukommt, weil sie einen wegen irgendeines angeblichen oder auch tatsächlichen Vergehens verhaftet hat und sagt, also sie können mit uns kooperieren, indem sie hier praktisch einwilligen, dass wir ihnen so einen Mundabstrich nehmen. Man kann sich dem theoretisch auch verweigern, aber der Druck ist natürlich in solchen Situationen relativ hoch. Also insofern ist jetzt auch eine Frage für die Kampagne, ist die Freiwilligkeit da wirklich noch gewährleistet? Und die andere ist eben die richterliche Anordnung, wobei das auch sich beobachten lässt, dass das inzwischen, sag ich mal, für viele Richter auch ein Standardprozedur ist, wo also nicht mehr wirklich genau geprüft wird, ob jetzt die Bedingungen für diesen Einzelfall wirklich so gegeben sind. Und dann wird es eben wirklich, sag ich mal, zwangsweise gemacht, beziehungsweise kann die Polizei das eben zwangsweise machen, dass, sag ich mal, wenn man sich einen Extremfall vorstellen wollte, wo jetzt also derjenige sich so verweigert, dass er den Mund nicht aufsperrt, dann könnte theoretisch auch Blut abgenommen werden und aus dem Blut dann eine DNA-Pro genommen werden. Das ist ja schon erschreckend. Also wenn ich mir vorstelle, ich fahre irgendwo hin und dann nimmt jemand dann meine DNA-Spuren in meiner Abwesenheit. So ein Hautabrieb kann auch erfolgen, wenn man jetzt einen Brief vom Schlag anfasst oder irgendwo Gläser hinterlässt oder so, die man angefasst hat. Das ist nun allerdings wirklich ein völlig unbescholtener Bürger, der einfach irgendwo sein Fahrrad abstellt, dass da die Polizei oder, also zumindest die Polizei da DNA-Spuren nimmt, das glaube ich nicht. Also das würde ich auch für Panikmacher halten. Dann theoretisch möglich wäre es. Ja, also ich denke, was wirklich wichtig ist, ist einfach nochmal sich klarzumachen, dass DNA eine andere Qualität hat als Fingerabdrücke. Also obwohl auch Fingerabdruck-Datenbanken sind, natürlich ist es eine Form von Vorratsdatenspeicherung, wo einfach eine, das wurde mal so schön genannt, ein Risikoregister, das sind eben ja nicht alles Leute, die wirklich schuldig sind. Und auch wenn sie schuldig waren, heißt das ja nicht, dass sie notwendigerweise in fünf oder zehn Jahren wieder ein Verbrechen begehen. Also insofern ist es eine Vorratsdatenspeicherung. Das ist insofern das gleiche wie DNA, aber DNA hat nochmal noch deshalb eine andere Qualität, weil es eben wirklich andere, da lassen sich ganz andere Dinge sozusagen raus rekonstruieren. Insofern muss man einfach sehen, dass es ein besonderes Merkmal ist und dass wir eben aufpassen müssen, dass das nicht sich noch weiter im Polizeibereich durchsetzt. Und wünschenswert wäre es eben auch, wenn es wieder stärker zurückgedrängt wird. Das ist, denke ich, so eine erste Forderung. Dass man also klar sehen muss, unter welchen Bedingungen kann eine DNA-Anprobe genommen werden. Und die zweite entscheidende Forderung ist eben die, dass man halt aufpasst bei dieser internationalen Vernetzung, weil die ein unheimlich hohes Risiko birgt, dass eben Daten in falsche Hände gelangen und dass es zu falschen Treffern kommt, wo eben letztlich Unschuldige plötzlich die Aufmerksamkeit der Polizei geraten, obwohl die überhaupt nichts damit zu tun haben. Und das ist, denke ich, so ein bisschen zu tun.